Alles klar, Bibel klar! Alles klar, Bibel klar! Und jetzt das Vorbild von Cornelius. Das Vorbild. Erstaunlich! Das war ein Mann. Der hat nichts gewusst von Jesus Christus. Ein Soldat, ein Hauptmann. Bei den Italienern, bei den Römern. Aber er hat ein gutes Herz. Und Gott hat gesehen sein Herz. Und dann lesen wir davon. Was für ein Mann war das? Der hat so viel von Gott gehabt, der hat mehr gebetet, wie du und ich. Denke ich. Ich weiß es nicht, 100%. Der betet immer zu Gott. Er hat gute Werke. Und dann kommt ein Engel Gottes zu ihm. Und jetzt redet er mit ihm. Und dann geht es da. Und nun wie er sagt es ihm. Ja, ein Engel Gottes, kommt zu diesem Mann und er gibt ihm eine Information. Lieber Cornelius, du brauchst Hilfe. Und ich, Gott, weiß, du brauchst Hilfe. Und deswegen sage ich dir, wo Hilfe herkommt. Und warum macht Gott das? Weil Gott hat sein Herz gesehen. Er hat gesehen, dieser Mann, der war weit weg von dem jüdischen Glauben, da war nichts. Aber er hat Liebe geübt. Aber er hat versucht, gut zu sein, gute Werke zu tun. Und Gott hat daran gedacht. Und jetzt sagt, weiter, 14. Er braucht noch etwas. Es fehlt ihm noch etwas. Es war nicht genug. Er betet intensiv. Er tut gute Werke. Er liebt Mitmenschen. Wunderbar. Es hat alles Gott in sein Leben, in sein Herz hineingesetzt. Aber Cornelius, du brauchst noch etwas. Du brauchst noch Worte von Petrus. Und wisst ihr, was wir alle brauchen? Und wisst ihr, was wir alle brauchen? Diese Worte. Diese Worte. Jeder von uns. Mehr und mehr. Worte. Die uns selig machen können. Die müssen mich nicht vollautomatisch selig machen. Sondern sie können mich retten. Wann? Wenn ich darauf reagiere. Wenn ich es glaube. Und dann? Was sagt denn der Petrus? Was ist die Kernbosher? Und was ist die Grundsache? Und was ist der Gedre dieser Verschung? Das ist, wer ist der Mann? Wovon hier gehört wird? Er ist der einzigste Name. Kein Mohammed, kein Buddha, kein anderer Name ist gegeben. Und was bekomme ich durch diesen Namen? Was bekomme ich dann? Wer an ihn glaubt, was heißt das? Das heißt, dass ich das, was auf Golgatha passiert ist, wo Gott für mich gekreuzigt wird, kann man sagen. Das ist mein Leben. Das ist meine Seligkeit. Ohne das, ohne Golgatha kann ich nicht leben. Warum? Weil ich weiß, ich brauche Vergebung. Simon hat nicht gesagt zu Petrus. Hör mal, die Geschichte von so einem gekreuzigten Jesus, brauche ich, brauche das nicht. Weil, warum? Ich bete viel, ich gebe Almosen, ich habe ein gutes Zeugnis von meiner ganzen Umwelt, und ich selbst bin ein guter Mensch. Petrus, danke für deine Information. Ach, Petrus, danke für deine Information. Geh ruhig nach Hause. Ich habe schon genug von Gott in meinem Leben. Hätte er ja so reagieren können. Ja, er konnte so reagieren. Aber Cornelius hat gewusst, der Engel Gottes hat ihm gesagt, sende nach Joppe, Joppe, da ist einer. Und das, was er dir sagt, das ist wichtig. Das ist die Kernbotschaft vom Evangelium. Und du brauchst es. Und du kannst ohne diesen Kern, kannst du nicht leben. Denn Cornelius muss gefühlt haben. Ich brauche noch etwas. Ich bin noch nicht ganz selig, glücklich. Jetzt ist die Frage an dich und mich. Wie fühlst du heute Morgen? In deinem Herzen. Bist du ganz glücklich? Oder ist Dinge in deinem Herzen, worüber du nicht glücklich bist? Und dann sage ich dir, reagiere. tue etwas, solange du noch die Möglichkeit hast. Der Herr ist ein lebendiger Gott. Aber er teilt sich mit den Lebendigen, ein Gott der Lebendigen. Wenn dein Herz heute Morgen lebendig ist, dann kann er dir Zeugnis geben. Dann kann er dir Zeugnis geben. Mit seinem Frieden oder mit seinem Unfrieden über Dinge in deinem Leben. Und dann kannst du das, was Unfrieden bringt rausschmeißen. Heute hast du noch Zeit. Du weißt nicht, wie lange du auf dieser Erde bist. Und dann kannst du das letzte Vers schlagen. Wisst ihr, was ich brauche? Der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist so vielseitig. Er ist so wunderbar und verschieden kommt er in mein Leben. Heute Morgen, wo wir zusammen gebetet haben, habe ich gespürt den Heiligen Geist. Ich habe gefühlt, wo kam das her? Herzen, die von ganzem Herzen sich öffnen. Und da brauche ich gar nicht fragen, Nachbar, hast du dein Herz geöffnet? Jeder hat den Schlüssel des Herzens, kann man nur von innen aufmachen. Und wenn du das machst, ganz, ganz aufmachen, alles gebe ich ihm, alles. Dann kommt er und er sieht das, er sieht deine Gedanken, er sieht deine Absichten. Und dann kommt Friede, der Friede des Heiligen Geistes. Das ist ein Geschenk, das ist eine Freude. Und warum sollte ich dem Heiligen Geist widerstehen? Ich kann doch nichts Dümmeres machen. Dann schade ich mir doch selber. Ich will die weiße Taube, diese schneeweiße Taube, die zarteste Taube, die so niedrig, scheu, und so schnell spuglich. Ich will die Taube in meinem Leben haben. Ich will die Taube in meinem Leben haben. Und sie soll nicht nur einmal bei einer Konferenz auf meinem Kopf sitzen. Ich möchte für die Taube mein Leben anbieten, mein Herz als ein Nest für die Taube, dass der Heilige Geist in meinem Herzen brüten kann, jeden Tag sitzen kann auf meinem Herzen, und ich kann mir zeigen, kommen da schwangene Eier wieder ausgebrütet werden? Das darf doch nicht sein. Das kann doch sein. Tauben erzeugen Tauben. Und da kommen Tauben, Göttliches, in dein Leben. Und dann, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, öffne dein Herz, mach ihm Platz, sag ihm ehrlich, was falsch ist in deinem Leben. Und dann kann ich dir garantieren, dass Gott sich dir zeigen wird. Er wird sich dir zeigen. Er wird dich nicht als Waisenkind weckern, ich will mit dir nichts zu tun haben. Er hat auf dich aufgepasst. Bis zum heutigen Tage. Und er steht vor dir. Und er steht vor dir. Öffne dich ihm. Sag ja, Herr. Da wo ich schuldig bin. Herr, ich bin ehrlich. Ich mache es recht. Ich entschuldige mich, wo es nötig sein wird. Und ich weiß, du kommst, du veränderst mich, ich bleibe nicht böse. Dein Geist macht mein Herz gut, lieb, göttlich, mehr und mehr und mehr. Und ich danke dem Herrn, dass der Herr hier unter uns Herzen gefunden hat. Er hat sich in die Welt gelassen haben. Nicht nur 5 %, nicht nur 10 %. 100 %. Alles. Für meinen Jesus. Das macht so glücklich. Und das macht dich so glücklich.